Wow, 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 Leute, Alarmstufe Rot, hier ist wieder euer Herbie, ich habe gerade in den Medien mitgekriegt, die Fledermäuse sind euch gebrochen und diesmal sind es keine normalen Fledermäuse, die einfach so in der Nacht rumschwören, sondern sie greifen euch an und davon habe ich so Angst, aber ich habe auf seiner Website gesehen, dass man so einen Fledermaushelm tragen soll, der schützt die wegen diesem Alu, das ist so richtig doof für die und deswegen, Leute, macht mit, ich geriet wieder in Panik, was ist, wenn sie gleich in mein Zimmer kommen, oh nein, und mich auffressen, Leute, ihr müsst alles dunkel machen und kein Licht anhaben, nur, ich mache das nur zu eurem Schutz, ich warne euch, Leute, ihr dürft damit nicht spaßen, ja, nehmt das erst und tragt diese Helme, wenn ihr rausgeht, dann nur damit und in der Wohnung, nur damit, das ist das Einzige, was ihr jetzt noch machen könnt, um euer Leben zu retten, also, Alarmstufe Rot, es geht gleich los, verschließt die Türen, schließt die Fenster, macht alles dunkel und lasst kein Licht an, die machen dann so, kein Licht, kein Licht, so machen die dann, also, schnell, Alarmstufe Rot, Warnung an euch, befolgt die Regeln, Tschüss!